Hey Alpaka! Wenn du mal kurz Zeit hast, zeige ich dir, wie man eine tödliche Falle baut, die man überhaupt nicht sieht. Und alles, was er dazu braucht, ist eine Antriebsschiene, zwei TNT-Minecarts, ein Redstone-Dust und eine Redstone-True. Redstone-True ist dabei ganz entscheidend, denn nur diese sendet ein Redstone-Signal aus. So, dann platzierst du hier zwei TNT-Minecarts drauf, dann die Redstone-True und dann fertig. Du glaubst nicht, dass diese Falle wirklich tödlich ist? Na dann schauen wir mal hier. Und vergesst auch nicht, das Video zu teilen, denn nur so können wir eine größere Frag-Unity werden. Danke fürs Zuschauen und haut rein. Cheerio!